Oh, hey, was geht ab, Leute? Es ist Montag, das heißt Maxout Monday. Beste Tag in der ganzen Woche, da kann ich endlich wieder meine Pokémon maxen und die Sammlung erweitern. Eine der letzten Sachen, die ich noch so heiß verfolge, jedes Pokémon einmal zu maxen. Hauptsächlich, hoffentlich die beste Form, die bestmögliche Form, sprich 100% erstmal. Und ich habe hier wieder meine Liste, blende ich hier ein. Ist momentan leider nicht aktuell, das wurde schon länger nicht mehr aktualisiert. Da haben mich auch viele schon gefragt, irgendwas ist da los, benutzt du das noch, gibt es was besseres? Momentan benutze ich das noch, zumindest für diese Liste. Für die Shiny Liste benutze ich momentan LeapDuck. Habt ihr ja schon gesehen, habe ich ja immer mal wieder eingeblendet auf Instagram. Aber für die Max- und 100er Liste noch immer noch das hier. Noch geht's, weil nichts allzu Neues hinzugefügt wurde. Hier sind die Sachen, die mir noch auf Max fehlen. Diese hier oben von Gen 1, das sind verschiedene Formen. Das ist zum Beispiel Alola Dictri, Alola Knogga, Galas Mok Mok und Rüstungs Mewtwo. Ganz normal, die Region 9, dies, das, das wisst ihr ja schon. Alles was mir noch fehlt, müssen wir jetzt nicht jede Woche wirklich nochmal durchgehen. Versuche hier und da mal wieder was zu pushen. Dann noch hier die Starter jetzt von Gen 5, aber die bekommen hoffentlich irgendwann mal ein CD. Und dann kann ich die Maxen. Was wir heute Maxen werden, ist oder sind Viridium und Terracium. 96er Viridium hatte ich schon länger. Ich hatte auch schon beim letzten Mal, aber irgendwie hatte ich keine Lust hier zu Maxen. Ich hatte Hoffnung, dass ich einen Besseren bekomme. Aber jetzt, zweite Runde, ich habe immer noch keinen Besseren bekommen. Immer noch 96er und Terracium habe ich auch keinen Besseren bekommen. Aber durch einen Lucky-Tausch habe ich einen 98er, Tech 14, Shiny Lucky oder so. Den können wir auf jeden Fall Maxen. Das heißt, legendär fehlen mir nur die drei Genies. Ich nenne sie Genies, die auf den Wolken da. Und Regi Ice und Regi Rock. Die jage ich ja immer noch, verzweifelt. Und als drittes können wir Maxen. Was Maxen wir da noch als drittes? Ihr seht hier auch ein paar Sachen, die sind noch gar nicht veröffentlicht. Aber habe ich jetzt einfach so mal in der Liste, weil einfach. Gib mir mal einfach die Pokédex-Kunkte, oder? Starter, Affe, nee. Nee. 98er habe ich, ja, da warte ich auch lieber noch. Bei Park-D-Bike habe ich ein paar 98er und 98er Lucky, aber da warte man noch. Karadonis, warten wir auf Jiu-Jitsu. Fisch, Regional. Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Ah, okay, der nächste nach dem Pokédex wäre die Weitermittlung von Mako Bojera. Okay, das sind die drei, die heute gemakst werden. Und dann, ich zähle mal ganz kurz, wie viele mir da noch fehlen. Äh, grob gesagt, weil ein paar, bei denen warte ich ja noch, ja, nur noch elf eigentlich, also viermal noch, nicht mal vier. Das sind, ja, ein Monat und dann haben wir es. Klasse Sache. Auf geht's zum Puschen. Ah ja, und wie immer, ich habe gerne ohnehin die Tage, was ihr heute gemakst habt. Und heute sind auch die Serverarbeiten. Ich bin gespannt, was da so passieren wird. Ich habe ein Video hochgeladen, vergesst nicht, da jetzt, wenn ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Aber vergesst nicht, eure Sachen zu machen. So, zuerst haben wir Viridium. Wie gesagt, habe ich nur den 96er bekommen. Äh, noch vom letzten Jahr sogar 26.12. Hier seht ihr es. Und der wird jetzt einfach mal schnell gemakst. Und Power Up. Zack. Jetzt muss ich nur ganz schnell prüfen, ob Screen Recorder läuft. Lief noch. Und hier habt ihr, oder seht ihr, mein Terracium. Leider. Ein bisschen zu wenig. Neun zu wenig und trotzdem ist es, ähm, noch ein 98er. Schon leidig. Mir fällt gerade ein, ich habe Makabaja schon gemakst. Keine Ahnung, wieso. Aber, habe ich genug von der Stückgüte? Ne, habe ich nicht. Ach, Mist. Dann, der Müllhaini. Dann, max mal den Müllhaini. Komisch, dann habe ich das irgendwie falsch eingetragen. So, jetzt haben wir es. Drei Pokémon für den Max on Monday. Das heißt, zehn fehlen mir nur noch. Was, ich habe irgendwas falsch eingetragen. Muss ich nochmal checken. Auf jeden Fall, das war es von mir, Leute. Und von Max on Monday. Heute mal wieder legendäre. Jetzt fehlen mir nur noch fünf. Legendäre vier. Ich bin, äh, ein bisschen abgelenkt. Von der Werbung vom Screen Recorder. Was mir da vorgestanden wird für eine Werbung. Das wollt ihr gar nicht wissen. Auf jeden Fall, wie immer liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check die Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier so Business.